Einen schönen Mittwochabend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45 und zum Joker. Der Lotto-Checkpot vom vergangenen Sonntag ist in Oberösterreich geknackt worden. Ein Spielteilnehmer aus dem Mühlviertel hat als Einziger die sechs Richtigen auf seiner Quittung und erhält für diesen Solo-Sechser mehr als 1,9 Millionen Euro. Somit starten wir heute Abend wieder eine neue Runde. Im Falle eines Solo-Sechsers winkt ein Gewinn von exakt einer Million Euro. Glücksrichter und Kugeln sind überprüft und ich begrüße den Notar im Studio Herrn Mag. Peter Lux. Guten Abend. Er wird die heutige Ziehung beaufsichtigen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Glück und drücke die Daumen. Los geht's. Und die erste Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 29. Gewinnzahl Nummer 2 ist 39. glückskugel Nummer 3 ist 45. 45. Weiter geht es mit 18. 18. Die fünfte Gewinnzahl lautet 38. 38. Und der heutige Sechs ist komplett mit 42. 42. Die Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 5. Fehlt uns nur noch die Zusatzzahl und diese lautet 5. 5. Hier noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. 18, 29, 38, 39, 42, 45 und die heutige Zusatzzahl ist 5. Kommen wir nun zum Joker. Beim Joker hat es zuletzt gleich ein Gewinnerquadett gegeben. Zwei Steirer, ein Oberösterreicher und ein Kärntner hatten sowohl die richtige Jokerzahl als auch das Kreuzerl beim Jahr für ihre Quittung. Damit haben sie den Joker-Checkport geknackt. Jeder der vier erhält mehr als 94.600 Euro. Ich hoffe, Sie haben Ihr Kreuzerl beim Jahr zum Joker gesetzt und wünsche Ihnen jetzt viel Glück bei der Ziehung. Die erste Stelle der heutigen Jokerzahl lautet 3. An zweiter Stelle haben wir 7. Die dritte Stelle lautet 1. An vierter Stelle haben wir 8. An der vorletzten Stelle 3. 3. Und an der sechsten und letzten Stelle 6. 6. Somit lautet die Jokerzahl der heutigen Ziehung. 3, 7, 1, 8, 3, 6. 1, 50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle, 7 Euro mit zwei Stellen, 77 Euro mit drei, 770 mit vier, 7700 mit fünf und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker. Ob und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben, können Sie durch Eingabe Ihrer Quittungsnummer auf www.lotterien.at überprüfen. An Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratulieren wir natürlich sehr, sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinner erfahren Sie darüber hinaus im UF-Teletext auf Seite 721, auf win2.dat, aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwochabend und freue mich auf ein Wiedersehen bei Lotto 6 aus 45 und Joker.